Mein Name ist Philipp Maximilian Obendraut, ich bin von der Wien IT GmbH und leite die Abteilung Workplace Management. Was ist Ihr erster Eindruck von der VWE 2019? Es ist interessant zu sehen, dass die Firmen oder sehr viele Firmen, die da sind, die gleichen Themen oder Problemstellungen haben, mit denen man aktuell selber betroffen ist und um die man sich kümmern muss und Lösungen finden muss. Wie bewerten Sie die Qualität unserer Sprecher? Es ist ein durchgemischtes Portfolio von unterschiedlichen Firmen oder Sprechern generell mit unterschiedlichen Technologien, die teilweise schon Lösungen implementiert haben oder umgesetzt haben bzw. gerade dabei sind, wo man einige Erfahrungen davor mitnehmen kann. Wie würden Sie die vielen Networking-Möglichkeiten und die interaktiven Sessions bewerten? Es ist eine ideale Möglichkeit, dass man sich mit gleichgesinnten Kollegen und Kolleginnen austauschen kann, wie wer welche Lösung aus der Welt geschafft hat bzw. Probleme lösen konnte. Dankeschön.